Hallo Leute, ich muss euch kurz was mitteilen, und zwar ich habe ein kleines Problem, meine Audio-Datei für dieses Video hier, also ich mache jetzt keine Anmoderation und Abmoderation, das Problem ist, die Audio-Datei dazu, die ist extrem beschädigt, da kommen nur noch Hochfrequenz-Töne und so rein, und ich habe es auch gerade eben mit Order City probiert, nur ein bisschen zu bearbeiten, das ist nur noch ein Rauschen. Es tut mir jetzt sehr leid, dass es eben nicht funktioniert, ich werde es auch nicht nachvertonen, da habe ich keinen Bock drauf, ich werde es nur jetzt am Anfang kurz was sagen, es hätte jetzt auch so die nächste Folge, also jetzt Folge 31, 32 hätte ich das jetzt machen, 33, 34 und so habe ich noch nicht gemacht und so, egal, und zwar, ich wollte nur fragen, ob ich vielleicht mal einen CD-Livestream machen soll, der Black Ops 2, ähm, und vielleicht auch mal einen Minecraft-Livestream, muss man nachfragen, ob ich das darf, ansonsten, ja, keine Ahnung, ihr bis zum nächsten Mal Leute, ciao!